Äh, Leute, wir sollten uns dann irgendwann mal aufteilen, wenn's gleich losgeht, ne? Ähm, ja. Sollen wir uns jetzt schon vermoven? Nee, warte, erst wenn da der Count dann losgeht, hätte ich gesagt. Movest du uns dann? Äh, nein, ihr könnt einfach einen Channel hochgehen. Das wird doch wohl nicht so schwer sein. Was ich halt richtig scheiße finde, ist, dass ich halt einfach direkt neben Dings... Moves mich doch bitte gleich, weil ich kann hier nicht mehr aus dem Spiel raus. Achso. Geh ich und die Conny gleich in den anderen Channel. Ja, ich move euch. Mach mal. Das heißt, ich move euch, wenn's losgeht. Scheiße, es geht los. Ich move euch. Äh, tschüssi. Tschüss Conny, viel Glück. Äh, hallo zusammen, ähm. Zu Intensive, es geht gleich los. Oh Gott. Gut, es hat gesendet. Äh, ich muss jetzt einfach nur so schnell wie möglich irgendwie weg. Mich dann schnell versneaken und mit Sebo weiter Kontakt halten. Äh, weil der darf noch nachjoinen. Oh Gott. Oh Gott. Das Ding ist halt, ich starte direkt neben einem, der auf Kills geht, hat er gesagt. Was halt echt blöd ist. Für die gesamte Situation, wenn ich einfach irgendwo, nein, verklemmen wir uns hier. Oh Gott, war alles knapp. Ich bin jetzt gerade unter der Erde eingebaut, im Panikraum. Über mir werden Leute geschlachtet. Über mir ist gerade vor das Nacht gewesen. Oh Gott, ich hab's auch uns gehört. Yo, ähm, du kannst nachjoinen. Kein Problem, ist kein Problem. Alles hier. Läuft alles. Ähm. Ich bin noch direkt am Spawn, hab allerdings gar nichts. Das Wichtige ist, dass du innerhalb der ersten Folge noch joinst. Ich hoffe mal für dich, dass du nicht abgefarmt wirst, aber gut. Denk dran. Wichtig. Okay, gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Conny lebt noch, das finde ich schon gut. Oh Gott, ich muss schon wieder nachdenken. Darum ist Markus. Okay. Es sind schon einige gestorben, glaube ich. Oh lol. Conny lebt immer noch, Conny lebt immer noch, das ist voll gut. Einfach dann drauf joinen, ne? Denk dran. Ich stehe noch relativ nah am Spawn, das heißt wir könnten, also wir werden uns finden. Oh fuck. Oh fuck, Alter, dieses, ah, diese Hektik, Alter. Okay, Conny ist umgebracht, Evo ist auch umgebracht. Ich hole sie mal runter. Ach, ist nett. Läuft bei euch, ne? Hey, na? Ja, wir kamen raus, da waren direkt welche, wir hatten kaum mehr Essen, der Spawn war einfach richtig beschissen. Ich lebe noch, tatsächlich. Oh Gott. Okay, ist der Sebo inzwischen da? Nein, noch nicht. Die haben sich nicht mal mein Hühnchen genommen, ich bin das abgefahren. Ich habe ja dieses komische Brathühnchen aufgesammelt, ne? Lol, was? Ja gut, hallo? Jetzt ist er zumindest. Ah, und jetzt sterben schon die Ersten, die sie vermissen haben, oder was? Keine Ahnung, bei mir ist der Cobblestone unter der Erde. Oh mein Gott, zwei Kills. Alter, das ist mal wieder so richtig. Ja, das war doch ein schützenmäßiger Start, oder? Ja. Ja, natürlich. Ihr habt richtig gerockt, Leute. Es hat sich total gelohnt, mindestens einen Monat darauf zu warten, oder? Total. Bei Anti ist tot. Ja, sehr gut. Very nice. Hattie LP, der ist neben mir gestartet, tatsächlich. Lol. Der Spawn allgemein war scheiße, ganz im Ernst. Ja, der war echt nice. Ist überhaupt noch jemand am Spawn, ist das nicht? Gut, wobei, er war, glaube ich, in alle Richtungen ziemlich nice. Also, ich glaube, es war auch besser da, wie ihr gestaltet, seit Richard, oder? Also, man ist ein bisschen gerade rausgekommen, aber ich glaube, es hat sich wahrscheinlich schon ab da kanalisiert, oder? Sie muss da, Sie muss da. Sie muss da? Ja. Ah, okay. Hast du denn inzwischen ein bisschen was craften können in Richtung? Okay, komm rauf, komm rauf, IP steht in Skype, IP steht in Skype, ich lebe noch. Halt die Fesse. Äh. Kann ich ja gesagt, dann lassen wir die mal erweiteln, ne? Jo, ich weiß nicht. Ne, ne, passt schon, passt schon. Alter, hier sterben gerade so richtig viele Leute, Sebo. Ja. Das ist nicht normal. Was? Soll, damit das Video nicht zu kurz ist, ne? Neh, ich darf nur noch ein paar, paar und ein Badekost dran, wenn ich auch besser drauf bin. Achso, okay. Ich bin gerade bei. Geht schon los? Geht schon los, oder wie? Ja, ey, das läuft schon, aber du darfst nachgeunen. Wo bist du? Äh, bist du schon draufgechaunt? Ich bin in der Nähe vom Spawn, eingegraben und mache mir gerade Steinwerkzeuge. Komm nicht drauf. Wieso kommst nicht drauf? Haben die dich nicht geweitlicht, in die Narben. Oh no. Wieso kommst du nicht drauf? Punkt. Was? Nicht laut vorlesen, nur Depp. Was? Es sind bloß wir im Channel. Aber ich nehm auf. Ja, aber bei der Aufnahme muss man halt wieder raus. Ja, trotzdem. Warte, was hier, was hier, äh, sag bitte, wenn du drauf schaunst, bitte erst. Oh, Hero Ice Cream ist auch schon gestorben. Dann können wir uns mit Steinschwerter. Ja, ich bin drauf. Okay. Du stehst halt jetzt mit nichts am Spawn, musst du wissen. Richtig. Ich komm rauf, ich komm, ich komm hoch. Ich kann zum Lockerbahn. Ich kann zum Lockerbahn, da ist jemand. Ja, jetzt, ich bin tot. Nee. Hat immer noch Spawn gewartet. Ja, aber wieso konntest du kein Block abbauen? Weiß ich nicht. Wieso konntest du dann getötet werden, wenn du nichts abbauen kannst? Ja, weil wie ich ihn abbauen konnte, weil Spawn kam nicht wieder richtig ab. Hat der der Typ Rüstung? Nein, nur ein Holzschwert. Gar nichts. Fuck, ich hab sogar schon ein Steinschwert. Ja gut, dann habe ich mich jetzt halt einfach runter, ne? Hast du was zu essen, Richard? Äh, gar nicht, nein. Aber mir fehlen nur zwei Hungerkollen. Okay. Ich bin ja quasi sofort runter. Wir haben zum Schluss dann abgekühlt. Alter. Clemy stellt gerade fest, man kann wegen kein Essen sterben. Hey. Warte mal, aber jetzt mal eine ganz blöde Sache. Du warst im Game Mode 2, als du draufgekommst, oder wie? Anscheinend. Ey, wie assi. Es hat vielleicht einfach ein bisschen gedauert, bis ich das automatisch umgestellt habe. Kann das sein, dass der... Ja, das ist ja richtig kacke so. Ja. Kommt gut. Es hat halt gedauert, bis es sich umgestellt hat, anscheinend. Weil dann war er ja anscheinend, dass er was abbauen konnte, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, du sollst noch ein bisschen warten, aber gut. Ich? Ja, ich hab dir hier gesagt, dass du hast noch ein bisschen warten, damit ich da mich hinkommen kann zum Spawn. Und dann warst du schon drauf, da die ja noch nie wieder die Schwerder für dich. Als ob hier einfach nur Cobblestone ist, wie sie sich überhaupt so viel Cobblestone unter der Map. Die haben irgendwie ganz komisch gebaut, ne? Ja, die haben eine Kaste, in der hat einfach genommen. Weil uns war auch in der Höhle, in die wir gelaufen sind, war auch ganz viel Cobblestone in der Wand und so. Tebo, bist du spawnig getötet worden? Ja. Ja, sicher. Im Loch noch. Und er hat nicht gekillt. Ja, geil. Nicht geil. Ach, normal ist doch, dass man 15 Sekunden Spawn Protection hat. Ja, hat nicht eh, wie man den in 15 Sekunden hat. Ja, ja, klar. Genau. Ich glaub, das ist... Oh, das heißt, die wird deswegen, dass er scheiß Spawn Protection getötet? Ja. Oh, Kondi, du bist jetzt sogar noch auf dem Server. Ja, ja, ich guck gerade noch, was die so treiben. Ach, kannst du ghosten, oder wie? Ich, nee, ich bin halt in diesem Du-bist-Gestorben-Bildschirm. Und wenn ich nicht auf Wiederbelüben klicke, dann fliege ich dann auch auf. Okay, ich sehe unten, ich sehe unten, aber soll ich die versuchen zu töten? Ja, sicher. Ja, drauf sofort. Ja, ich muss halt, die sind halt schon auf Diamantenhöhe, ne? Das ist alles blöde. Also egal. Okay, es kann sein, dass, äh, das scheint mir hat mega viele, bitte restart, weil leck des Drobes gewesen. Geil. Ja, also bei mir hat's auch gelackt, als wir dahinter gelaufen sind. Also restart, wär mal mega geil. Das wär super, tatsächlich. Jetzt schreib mir so rein, so true. Ja, da bin ich auch dafür. Let's start. Bitte. Ob's dann mit den Legs jetzt besser wird, ist echt die Frage, aber. Ja, weil die Map schon voll auf, fuck. Ach, lol. Ich, äh, warte kurz, ich refresh das ganze Mal, äh, 48. Ah, ja. Was von 70? Ja. 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 Na, es sind schon ganz schön viele, um die... Es sind 22 Leute gestorben. Hm. Es kommt... Also ich hab... Ja gut, also es war wirklich eine... Ich finde, es war eine saudämliche DML Custom Map zu machen, ey, ganz ehrlich. Hm. Okay, ich seh die Namen und es sind... Es sind... Es sind Mathis und Markus. Nee. Doch. Wir sind schon unten. Das wäre aber tatsächlich, wenn du uns jetzt tötest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Neustart machen, noch viel größer. Tötte sie. Ja, ich bin ja noch nicht einmal da. Okay, ich bin jetzt in einer Höhle. Ja gut, also auch. Töt, den, 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 den. Demo voll dafür, ne? Ja, ganz ehrlich, ich mein, hat der, hat der eine gewusst, dass ich schon, ne, oder was? Oder sie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, es ist indirekt schon. Es ist doch sogar verboten, Sponsor, äh, nein, verboten nicht. Es ist so lange noch entkommen kann. Der Sebo konnte nicht entkommen. Ja, richtig. Der stimmt eigentlich. So gesehen war das eigentlich eher Sponsor. Weil er konnte ja nicht abbauen durch die Sponsor Protection. Und dann hat er ihn schon gemacht, während er einfach im Loch saß. Und dann war er in der Hand. Ich konnte nicht mal den Block drauf aufsetzen. Weil es sind gerade noch 48 Leute auf selber minus 1, weil die Conny ist auch im Raum. Ja. 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 Ich hab's tatsächlich bisher mal irgendwie kapiert und dann aber trotzdem auch wieder belegen geklickt, weil ich nicht kapiert habe, dass ich dann fliege. Aber diesmal hab ich dran gedacht. Aber ich schreibe mir ziemlich viele, äh, wie ist das? Ja, es sind nicht zu viele. Wie viele denn genau? Eins, zwei, drei. Erstmal zum Ofen zurückkommen. Vier, fünf. Fünf Leute. Ich seh die halt da unten, ne? Ich bin direkt bei denen. Ich kann einfach mal versuchen. Ja, ich, ich hab jetzt erst noch Eis im Ofen. Soll ich Eisenschwert machen schon, oder? Ja. 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 Ich würde wirklich sofort drauf. Ja. Aber es ist gerade noch einer vom Server runter, aber das war der, der schon immer gesagt hat, ja, er hat ne Disconnect. Ja, mega. Das war der, der schon immer geschrieben hat, von wegen seinem Internet. Ja, das Internet von denen. Wurscht, die sind selber schuld. Aber. Ja, der ist halt irgendwo, wo er irgendwie WLAN hat anscheinlich. Hat sich schon beschwert, wie viel's kostet. Ich hab halt kein Essen mehr, fällt mir auf. Wieso ist hier eigentlich Redstone? Ich bin auf fucking Höhe 27 und hier ist Redstone. Wie lang geht's denn in Folge hier, die noch? Äh, vier Minuten. Okay. Warum? Ja, das kann ich auch machen. Warte. Ich würd halt danach, ich würd halt schauen, wenn, wenn, wenn die beiden direkt die nächste aufnehmen, dann mach ich's auch. Ja, das musst du ja nicht, äh, wir machen theoretisch. Das will ich aber eigentlich. Ich weiß nur, ich hab Hunger. Ähm, okay. Schreibt mich grad mit Vantrox über Sebo. Weil ich sag, ja dann gewinn ich Sebo noch ne Chance, weil der wurde spawn gekillt, obwohl er nicht mal den Blocker bauen konnte. Ja. Boah, echt, der schreibt hier jetzt gerade, der ist doch eigentlich noch drin. Ich hab keine Ahnung. Boah, okay. Wahrscheinlich im Game Mode, die ist grad so tier für sie. Wie gesagt, also... Ich hab Markus. Yes! Hast du ihn? Ja. Einen oder was? Ich hab Markus. Hast du's Markus? Gell. Vigi. Wo ist der zweite? Da kommt jetzt gerade. Können wir. Mach's. Drauf, drauf, drauf. Mach denn's. Essen, drauf, drauf, drauf. Ich hab ja kein Essen. Ist egal. Drauf. Na, ich bin tot. Ich hatte ja immer ein Herz. Aber gut. Kein Ohr. Loll. Hab ich an Markus gekriegt. Das freut mich. Das ist ja schon so ein bisschen wie das war. Ja, das ist ja schon so ein bisschen wie das war. Ja, das war so. Ja, das war so. Na, das war so. Na, das war so. Na, das war so. Ja, so. Was ist jetzt? Wo die ganzen Leute neu sind? Ich hab vor euch. Ja, das war so. Intensive Fehlsteuer. Oh, es schreibt eben jede Gruppe. Schreibt jeder. Es hat geleckt und so. Gut, dass ich nur ein anderer drin bin. Rest in Peace, Markus. Ja, ich denk jetzt echt, der Markus wird sich jetzt echt überlegen, ne? Also das könnte ich mir halt vorstellen. Ja. Ja, ich denk halt schon, dass das sinnvoll wär. RIP, Markus. Das ist so geil, wenn das ist. Ja, bis. 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 Das ist einfach mal so richtig lowbob mäßig, ne? Hallo. Von mir. Hallo von mir. Das ist so geil, jetzt. Okay, ich verabschiede mich von einer Aufnahme und wir reden noch geliger. Okay, ich verabschiede mich von einer Aufnahme und wir reden noch geliger. Und immer schaden, dass ich mit Sebo jetzt irgendwas anderes cooles auf die Beine stelle. Ja.